Okay, Scar-Generator Moment mal, haben die gelogen? Dass ich das noch erleben darf? Das gibt's nicht, oder? Wir haben das Suchlicht Unfassbar Scar-Generator Du kommst ja zurück, du Stück Was geht mit dem ab? Äh Okay Ich geh da nicht hoch Und es ist wieder Äh Hau die Bucke Oh, ist das ein Miststück Ja, den Schildgürtel hätte ich wahnsinnig gerne So Okay, jetzt auch nochmal Energie Na genau, Amplifier Können wir hier zum Beispiel benutzen Verdammte Scheiße So Ah, jetzt muss er aussetzen Du haust nicht ab, Junge Bleib schön hier und wird's verdroschen So wie sich das gehört Eben, natürlich So So, der Kopf gehört mir Die Musik Setzt aus Wir Verdammt Ich sag, wir nerven jetzt ein bisschen mit dem Dingern Und dann Gehen wir in einen der Teleporter Und versuchen mal von oben hin zu nerven Aber das scheint Oh Noch funktioniert's Wir speichern das einfach mal Obwohl ich eigentlich kein Fan davon bin Egal Okay, da ist er Dammt Oh, dann geht's Oh, dann geht's Können wir auch schalten Ja Oh, stimmt Ja, komm Schalt auf Weh Haben wir dich, du Mistfink Und tschüss Ja, das war jetzt Sehr simpel Das sieht aber nach Nach dem anderen aus Wir gehen jetzt mal nach oben Und sammeln noch ein, was wir Einsammeln können Der Typ war ne Lachnummer Äh Was macht denn da mehr Sinn Von der Mitte raus, ne Jo Und dann Oh Oh Gott Das war echt ein ganz normaler Sprung Äh Oh, Junge Ich komme echt vor wie so ein Depp Ja, da haben wir volle Energie Ich komme dann an die An die Gequillt So wie ist das gedacht So wie ist das gedacht Das wir hier ins Eck Das wir hier runter plumpsen Oder was Oh Mann In die Ecke Ah Alles klar War doch super simpel So, was hier noch was Feines Jump Boots Warum Ich schätze mal, wenn ich hier Die Jump Boots benutze Die Sprungstiefelchen Da bin ich direkt Im Arsch So wie das hier aussieht Deswegen würden wir einfach mal Sorgen Würde ich sagen Wir gehen nach unten Oh Munition Nehmen wir natürlich auch noch mit Wir lassen nichts zurück Was sinnvoll ist Und was weiterhilft Und das war gar nicht mal So beschissen Würde ich mal sagen Ähm Ja Wir Speichern das Wieder auf den ersten Tja Dann müssen wir eigentlich Jetzt nur noch Uns wahrscheinlich durchkämpfen Dann kommt irgendwann die Muddy Alles klar Zack Zack So Aber das Strom ist weg So So Und Und So Und So So